Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Herzlich willkommen zur B1-Mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 – Gemeinsam etwas planen Die Situation Es ist Freitagnachmittag. Sie sind einfach ganz müde. Jeden Tag haben Sie viel Arbeit und immer Stress. Sie und Ihre Gesprächspartnerin oder Ihr Gesprächspartner wollen am Wochenende etwas tun. Die Aufgabe Planen Sie zusammen mit Ihrer Gesprächspartnerin oder Ihrem Gesprächspartner, was Sie tun können. Hier sind einige Notizen. 1. Wann? 2. Wohin? 3. Was machen? 4. Wer kommt mit? 5. Weiter Ideen für das Wochenende Hallo Sarah! Endlich Wochenende! Jetzt können wir uns wirklich entspannen! Hallo Sarah! Endlich Wochenende! Jetzt können wir uns wirklich entspannen! Hallo Klaus! Hallo Klaus! Ja, die Woche ist vorbei! Das Wetter ist schön, und wir wollen am Wochenende etwas tun! Ja, natürlich! Was wollen wir am Samstag machen? Wollen wir früh zusammen auf dem Markt einkaufen gehen? Wir können dann ins Café gehen und Kuchen essen! Das ist eine gute Idee! Ich will aber am Samstag früh auch im Kleidergeschäft ein neues Kleid probieren! Und ich will zum Friseur! Das ist eine gute Idee! Ich will aber am Samstag früh auch im Kleidergeschäft ein neues Kleid probieren! Und ich will zum Friseur! Das dauert aber sehr lange! Du kannst doch auch am Montag zum Friseur gehen! Ich will lieber mit dir in der Stadt bummeln! Und was machen wir am Sonntag? Am Sonntag können wir spazieren gehen zum See! Oder wir können auch Fahrrad fahren! Was denkst du? Am Sonntag können wir am Sonntag am liebsten lange ausschlafen! Danach will ich mit meinem Freund Peter zum Fußballplatz! Am Sonntag spielt um 14 Uhr Deutschland gegen England! Das muss ich sehen! Ich möchte am Sonntag am liebsten lange ausschlafen! Danach will ich mit meinem Freund Peter zum Fußballplatz! Am Sonntag spielt um 14 Uhr Deutschland gegen England! Das muss ich sehen! Du kannst doch mit deinem Freund Peter spazieren gehen oder Fahrrad fahren! Und am Abend können wir dann alle zusammen ins Kino gehen! Warum musst du jeden Sonntag auf den Sportplatz? Du kannst doch mit deinem Freund Peter spazieren gehen oder Fahrrad fahren! Und am Abend können wir dann alle zusammen ins Kino gehen! Warum musst du jeden Sonntag auf den Sportplatz? Ich will lieber mit dir etwas unternehmen! Und am Abend können wir nicht ins Kino! Wir müssen am Montag früh zur Arbeit! Wir müssen also früh ins Bett gehen! Ich will lieber mit dir etwas unternehmen! Und am Abend können wir nicht ins Kino! Wir müssen am Montag früh zur Arbeit! Wir müssen also früh ins Bett gehen! Und wie können wir das machen? Hast du eine Idee? Und wie können wir das machen? Hast du eine Idee? Willst du nicht am Sonntag mit zum Fußball? Lisa kann auch mitkommen, dann freut sich Peter! Willst du nicht am Sonntag mit zum Fußball? Lisa kann auch mitkommen, dann freut sich Peter! Fußball ist langweilig! Gut! Dann gehen wir am Samstag früh zusammen in die Stadt, und fahren am Nachmittag zusammen Fahrrad! Am Abend können wir dann ins Kino gehen! Gut! Dann gehen wir am Samstag früh zusammen in die Stadt, und fahren am Nachmittag zusammen Fahrrad! Am Abend können wir dann ins Kino gehen! Und am Sonntag? Was wollen wir dann am Sonntag machen? Und am Sonntag? Was wollen wir dann am Sonntag machen? Am Sonntag schlafen wir aus! Dann will ich zum Fußball mit Peter! Und du kannst mit Lisa etwas machen! Am Abend können wir dann miteinander kochen, und können wir früh schlafen! Wir müssen auch am Montag sehr früh zur Arbeit! Okay! Einverstanden! Dann machen wir es so! Am Samstag machen wir etwas zusammen! Und am Sonntag macht jeder etwas alleine! Okay! Einverstanden! Dann machen wir es so! Am Samstag machen wir etwas zusammen! Und am Sonntag macht jeder etwas alleine! Wenn Ihnen dieses Video gefällt hat, klicken Sie auf Gefällt mir! Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren! Und am Sonntag machen wir es so! 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 Und am Sonntag machen wir es so!